Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sayori Announcements. Wir kommen auf eine Convention. Dieses Mal ist es die Frankfurter Buchmesse. Die ist ja jetzt am Wochenende, also Samstag und Sonntag sind wir da. Mit wir meine ich mich, also Coco und dann noch Lin, Danna, Misa, Kasu, Moe. Wow, das hat geklappt. Danna ist allerdings nur am Sonntag da, alle anderen auch am Samstag. Wir cosplayen am Samstag Sailor Moon, bzw. Lin cosplayt Sailor Moon, wir anderen machen den Rest der Bande. Also Sailor Merkur, Sailor Mars, Sailor Uranus und Sailor Neptun. Allerdings in den Kleidern, also in den Prinzessinnenkleidern. Da am Samstagabend in der Universität der Cosplay-Ball ist und wir gerne schlecht tanzen, also werden wir da sein und unser Bestes geben, was nicht besonders gut ist. Aber naja, das ist ja auch egal, das soll ja Spaß machen. Dann am Sonntag splittet sich das Ganze auf. Also wir haben kein Gruppen-Cosplay, sondern Lin, Kasu und Moe machen die Gotham City Sirens. Also Harley Quinn, Poison Ivy und Catwoman. Ich mache einfach Luna Lovegood und Danna und Misa kommen zivil, soweit ich das weiß. Aber Änderungen, also es kann sich immer noch ganz montag was ändern, dass eine Perücke kaputt geht, wenn man montag was anderes macht. Oder einfach keine Lust hat, aber das ist der bis jetzt voraussichtliche Plan. Ja, das war es eigentlich auch schon bis auf noch eine kleine, ich sag mal, Änderung, Neuigkeit, was auch immer. Und zwar haben wir einen Treff und Zeitpunkt organisiert, also geplant, an dem wir anzutreffen sind. Das wäre der Samstag zwischen 1 und 2 auf der Cosplay-Wiese, nenne ich sie jetzt mal. Also ich binde jetzt meine Karte ein, da kann man genau sehen, wo der Pfeil ist. Da sind wir dann. Ja, wir werden auf jeden Fall in dieser Stunde da sein, also zwischen 1 und 2. Es kann auch sein, dass wir einfach ein bisschen länger bleiben. Wir wissen noch nicht genau, wie das jetzt mit der genauen Planung ist, also ob wir noch ein Shooting vorher schaffen. Wahrscheinlich nicht, weil um 1 ist es schon relativ früh. Ich glaube, so früh werden wir gar nicht auf der Con sein. So viel früher. Aber wahrscheinlich ist es schon gegeben, dass wir ein bisschen länger da bleiben und einfach ein bisschen der Wiese rumgammeln. Und ich meine, so viel hat mir nicht zu tun am Samstag, glaube ich da. Ja, und sonst, das war es eigentlich. Achso, der Treffpunkt ist, wie gesagt, auf der Wiese. Falls aber das Wetter besonders schlecht ist, falls es gewittert, wagelt, was auch immer die Welt untergeht, dann werden wir das auf Instagram mitteilen. Und ja, das würde wahrscheinlich irgendwo in der Halle stattfinden. Aber voraussichtlich auf der Wiese. Generell natürlich, Instagram werden wir auch weiter versuchen, unser ganzes Geschehen ein bisschen festzuhalten, damit wir mal endlich wissen, was wir eigentlich auf Con's machen. Weil irgendwie im Nachhinein vergisst man das immer. Und auch für die, die noch nie auf der Buchmesse waren oder nicht auf der Buchmesse sind, können, damit man einfach mal sieht, was passiert denn so. Ja, also, wenn ihr uns seht, sprecht uns an. Wir weißen nicht. Ihr weiß bitte auch nicht. Und dann ist alles super. Und dann freuen wir uns auf Samstag. Bis dann. Und dann... Adios. Und so... Wow, Haare. Ich bin dann mal weg. Ich muss ins Bett. Ich muss nämlich gleich los. Fast. In wenigen Stunden. Ich muss noch Sachen packen. Tschüss.